Ja, wir sind mit AIDA Wong auf geheimer Mission. Dürfen hier jetzt... Äh, ja. Ich bin gespannt, wie gut wir hier durchkommen und ob wir sterben werden. Ich schätze einfach mal ja. Weil ich echt schlecht bin in sowas. Äh. Bitte nicht. Der bleibt nicht lange tot. Ich muss mich beeilen. Ach, jetzt finde ich normale Pistolenmunition, ne? War ja klar. Nee, wenn du so schon auf mich zukommst... Ich hab dich doch gerade erst erschossen. Nee, Bruder. Nee, 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 nee. Ich wusste es. Und AIDA ist gut. Wurde auch nicht. Ja, ich würd gern wissen, wo ich hin muss, ne? Sonst hab ich ein kleines Problem. Hm. Ich hab sowieso ein kleines Problem. Ach, Mann. Ich kann die doch schlecht alle erschießen. Ach, Mann. Ah, aber mit einer Flashbang? Nichts. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Ja, halt die Fresse, Ada. Ach, die erwartet er immer noch. Das wär cool. Warte, Giger, Mist, gern was? Oh, hallo, Mr. X. Nee, du Bruder. Kannst du bitte kurz... Eine Pause einlegen? Bitte. Oh mein Gott! Du kannst einmal genockt sein. Einmal genockt sein. Oh. Ich will nicht mehr. Das ist doch nicht wahr. Ach, Mann. Ja, ich mach das off-scue nochmal. Alter, jetzt ob... Autospeichern ist deaktiviert. Toll, danke. Gibt es... Alter, wirklich, bevor ich da runtergehe, ich guck extra nochmal, ob ich hier irgendein Scheiß... Scheiß Farbrollen... Der Part ist gerade mal fünf Minuten am Lauf... Fünf... Minuten! Ten! Alter, nee, ich lass mich jetzt umbringen. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Aber dann von Mr. X. Wenn Leonir die ganze Zeit wieder so leidend rumläuft, hab ich da keinen Bock drauf. Wo ist die Farbrolle überhaupt? Ach, die liegt hier auf dem Tisch. Das ist ja toll, wie viele gibt es hier eigentlich noch? Draußen? Okay. Aktenraum. Ach, Gott, ey. Es ist so ermüdend. Ach, hier in den Aktenraum komm ich ja nicht rein. Zumindest nicht ohne 100 Jahre in eine Richtung laufen zu müssen. Komme ich da überhaupt rein, ist die Frage. Das wende. Das wende. Das ist ja eine Rolle. Ich bin kein Schuss. Alter, nee, wirklich, ich meine Ich nehme meine Aussage, die ich vor Weiß ich nicht wie lange gemacht habe Wo ich gesagt habe, ich bin Dumm, aber nicht so dumm Ich nehme die zurück Definitiv Alter, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock Hier überhaupt weiterzumachen, ne Sowas nervt Ich hätte jetzt gesagt, wenn ich wirklich Die Möglichkeit hätte, easy schnell was zu schneiden Und auch easy schnell zu rendern Dann hätte ich gesagt, ja komm Ich schneide das raus Kann ich aber nicht, ohne dass ich Drei Stunden warten muss und da habe ich keinen Bock drauf Gibt es hier eigentlich irgendwo auch noch Heilung? Gibt es hier eigentlich nicht? Gibt es hier eigentlich nicht? Wo ist Carlos, wenn man ihn braucht? Aber ganz ehrlich, nenn das mit dem Autospeichern, dass das aus ist, ne? Ich verstehe das voll und ganz. Aber setzt doch bei Aidan den Speicherpunkt. Also wirklich, was ist denn das? Nein, du spitzst auf Veteranen, du musst das können. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ich will nicht. Ich nicht. Nee, nee, nee. Ich hab da so keinen Bock mehr drauf, ne? Ich mach das alles auf Screen, ich hab da jetzt keine Lust mehr drauf. Haben wir kurz ein 12 Minuten Part, wo alles scheiße ist. Super, hab ich richtig Bock drauf. Jo. Vielen Dank.